Mit dem Auto auf Ihrer Familie Revit Projekt ist einfach. Setzen Sie einfach die Familien über den Plan. Ihre Schnitte und Ansichten zu werden sofort aktualisiert. So viele verliehen im Auto, wie Sie zu Ihrem Projekt kommunizieren müssen. Anpassungen sind aus allen Ansichten möglich. Alle Ihre Zeichnungen sind immer konsequent aktualisiert. Für die Komponente, symbolische Linie, Modellreihe, Fest, Maskierung, Region, in einem Archigrafx-Revit-Familie ist ein Detaillevel und die Sichtbarkeit Einstellung zugewiesen. Sie sind vollständig anfassbar, so können Sie unsere Revit-Komponenten um Ihre Revit-Grafik-Standards entsprechen. Für kleinere Zeichnungen können Sie den Detaillierungsgrad, den Kurs zu wechseln. Wenn eine Erhöhung ändert, wird das Fahrzeug verliehen, dynamisch an Ihre neue Position und Planung, Schnitt- und Ansichtzeichnungen folgen. Sie können wählen, verschiedene Wagenfamilien, darunter Personen, Kraftwagen, Transporter, Busse und Lastwagen. Mit Hilfe dieser Familien spart Ihnen Zeit und verleiht Ihre Zeichnung ein Gefühl der Skala und des Realismus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017